Gleich müsste irgendwo die Bootsrutsche kommen und dann haben wir unser Ziel auch schon fast erreicht für heute. Ja hier ist die Bootsgasse. Das Ding fährt dann runter und dann geht es ganz schön abwärts. Aber rechts und links alles nur Beton. So Lars schleppt sein Boot links rum. Ich habe zwar Schiss, aber ich werde mal die Bootsgasse versuchen. Hier muss ich bloß an dem Seil ziehen. Und dann müsste da irgendwie der Schieber runter gehen. Oh Mann ey. Kappschiss. Geil. Alter Sittenwehr. Krass. Das hat Spaß gemacht. So da kommt er. Noch ein letzter Gruß an Thilo. So. 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 So.